Heidelberg oder Regensburg? Heidelberg. Blauweiß oder Rotweiß? Herzblauweiß. Laufeinheit oder Kraftraum? Krafteinheit. Henrik Mkhitaryan oder Sages Adamian? Sarkis. Ein Tor für Armenien zu erzielen, wie fühlt sich das an? Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Mit welchem Fußballer würdest du gerne mal für einen Tag tauschen? Mit Ibrahimovic. Was darf in deinem Kabinenspind nicht fehlen? Haarwachs, Duschgel. Darf denn auf eine Pizza Ananas? Ja. Hast du ein verstecktes Talent? Tischtennis. Unsere neue Trikot-Kollektion ist draußen. Welches davon ist dein Favorit? Das Heimtrikot. Welcher Sport begeistert dich neben dem Fußball? Tennis, Basketball.